Freunde des Erstabs, ein herzliches Hallo! Hier ist wieder euer Daniel und in den nächsten Videos, darunter auch dieses, will ich euch die verschiedenen Belastungseingaben präsentieren. In diesem kleinen Videoausschnitt könnt ihr bereits erkennen, wie viele verschiedene Arten von Lastverläufen es gibt. Man sieht, es gibt eine große Menge von denen. In diesem Tutorial geht es um die sogenannte Knotenlast und eine weitere Funktion, nämlich der Stabteilung. Ich habe hier schon einen Einfallträger mit einer Länge von 10 Metern erstellt, dazu ein festes und ein verschiebliches Auflager. Knotenlasten sind eigentlich nichts anderes wie Einzellasten. Sie greifen, wie der Name schon sagt, am Knoten an. Um eine Knotenlast zu erzeugen, drücke ich in der Symbolleiste auf Neue Knotenlast. Es öffnet sich ein Fenster und ich gebe für Z-Richtung 10 Kilo Newton ein. Gleichzeitig sehen wir unten rechts eine Grafik, die uns das veranschaulicht. Dann gebe ich 15 Kilo Newton als X-Richtung ein, drücke auf OK und wähle den Knoten aus, der für mein Auflager zuständig ist. Wir sehen, wie die Kräfte auf das Auflager zeigen. Was ist aber, wenn ich meine Knotenlast zwischen den beiden Auflagern setzen will? Einige werden sich jetzt vielleicht denken, nun gut, mache ich einen neuen Knoten, setze ihn auf den Stab und lasse dann eine Knotenlast drauf. Ich demonstriere euch das schnell. Ich erzeuge einen neuen Knoten und setze ihn auf den Stab. Ich markiere ihn und erstelle eine neue Knotenlast und lasse dann unser Programm rechnen. Es kommt die Fehlermeldung, dass der belastende Knoten keinem Stab zugeordnet ist. Nun, wir haben zwar einen Knoten auf den Stab, aber dieser ist bloß grafisch auf den Stab zu sehen. Wir müssen diesen aber direkt in den Stab integrieren und zuordnen. Ich zeige euch, wie das geht. Man muss nämlich den Stab zerlegen und so erzeugt man automatisch einen neuen Knoten. Ich lösche den Knoten wieder mit der Taste Entfernen. Wenn man mit der rechten Maustaste auf Stab drückt und danach auf Stab teilen, sieht man drei Optionen der Zerlegung. Ich beginne mit der grafischen Zerlegung. Diese erlaubte uns in mehreren Zwischenabständen den Stab zu teilen und somit neue Knoten und Stäbe zu erzeugen. Man kann den Abstand für die Teilungen links oben ändern. In diesem Fall gebe ich jetzt Abstand 1 ein und man sieht jeweils die Abstände beim Stab. Nun ändere ich den Abstand auf 0,2 und man sieht den gleichen Effekt. Man kann auch eine bestimmte Zahl eingeben. Der Stab wird dann an der jeweiligen X-Stelle geteilt. Ich setze die Werte wieder auf Standard. Letztlich teile ich meinen Stab bei 6. Es sind zwei neue Stäbe entstanden und ein neuer Knoten. Wenn ich diesen wieder löschen will, drücke ich mit der rechten Maustaste auf ihn und dann auf Knoten löschen. Hier erscheinen zwei Möglichkeiten. Da ja unser Knoten in den Stab integriert ist, kann man entweder auswählen, den Knoten löschen und somit die angeschlossenen Stäbe mitlöschen. Aber dies wollen wir natürlich nicht und wir entscheiden uns für das Verschmelzen der beiden Stäbe. Komme ich zur nächsten Stabteilung. Die Funktion N Zwischenknoten erlaubt mir, dass im Stab so und so viele Knoten erzeugt werden und der Stab jeweils in mehrere Stäbe unterteilt wird. In diesem Beispiel gebe ich hier drei Zwischenknoten ein. Diese werden jeweils im gleichen Abstand erzeugt und somit habe ich vier gleich lange Stäbe. Ich mache dies wieder rückgängig und zwar mit der Tastenkombination STRG gedrückt halten und Z. Schließlich zeige ich euch noch die letzte Option, die mit dem Abstand. Bei dem wähle ich immer wahre Linienlänge aus, weil die anderen verstehe ich irgendwie nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Und dann gebe ich jeweils den Abstand an. In diesem Fall will ich, dass mein neu erzeugter Knoten drei Meter vom Endpunkt entfernt ist. Also gebe ich es auch hier ein. Nachdem wir nun den Stab erfolgreich geteilt haben und unseren Knoten endlich haben, erstelle ich eine neue Knotenlast. Gebe meine Belastungsdaten ein und drücke dann auf meinen Knoten. Wahlweise kann ich auch einen Moment erzeugen. Dies mache ich jetzt einfach mal. Jetzt sind wir fertig und lassen das Programm rechnen. Wir lassen uns die Schnittgrößen anzeigen und können hier beim Momentenverlauf schön sehen, wo das Moment am Stab angreift. Nämlich wegen diesem Sprung nach oben. Dies war der erste Teil der Belastungseingaben, nämlich der Knotenlast. Im nächsten Tutorial wird es um die verschiedenen Möglichkeiten der Stablasten gehen. Diese werde ich in zwei Teile untergliedern, sodass es zwei Videos geben wird, die sich mit diesem Thema beschäftigen werden. Bis dahin, euer Daniel.